Die Affirmation ist eine der mächtigsten Techniken des mentalen Trainings und sehr effektiv. Affirmationen helfen Ihnen Geld und Reichtum anzuhäufen, Glück in der Liebe und Partnerschaft zu finden, sowie abzunehmen und Ihre Gesundheit zu stärken. Aber auch zum Loslassen und für den Aufbau von Selbstvertrauen ist die Affirmation von großem Nutzen. Aber helfen Sie auch gegen die Off-Season? Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, wenn man Bock hat, ein geiles Video zu drehen, merkt euch das, checkt vorher auf jeden Fall mal die Trails ab, denn der letzte Trail bei uns war jetzt so mockig, dass wir gedacht haben, ey, jetzt reicht es wirklich. Ich habe schon keine Lust mehr ständig die Bikes sauber zu machen. In diesem Sinne, ich freue mich sehr auf die Saison und auf besseres Wetter und den Frühling und den Sommer. Lasst gerne ein Abo da, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! I need you more